Hallo miteinander, wie geht's? Heute singen wir gemeinsam Ein großes Licht geht auf. Das ist eine schöne Kirchenlieder und Bearbeitung hat mein Mann gemacht, Domain. Also mit Sopran getrost. Ein großes Licht geht auf. Zukunft mehr offen, der Tag, die Gott, die Welt, der Herr, die Ruhe. Ja, Domain Bearbeitung ist oft, Sopran hat keine Melodie, sondern andere Stimmen. Jetzt, mit Altstimmen. Ein großes Licht geht auf. Wir dürfen wieder hoffen. Die Zukunft schlägt sich neu. Der Himmel stellt uns hoffen. Die Glut, die fast erloschen sieht, Gott wird sie neu entfachen. Die Glut, die fast erloschen sieht, Gott wird sie neu entfachen. Geht alles gut, oder? Dann singen wir Tenorstimme. Ein großes Licht geht auf. Wir dürfen wieder hoffen. Die Zukunft schlägt sich neu. Der Himmel stellt uns offen. Die Glut, die fast erloschen sieht, Gott wird sie neu entfachen. Die Glut, die fast erloschen sieht, Gott wird sie neu entfachen. Wenn jemand einen Satz schreibt, das kommt verschiedene Gedanke. Und dieses Mal war sicher, bei Domain ist sie nicht Sopranmelodie singen, sondern andere Stimmen, die sie aber übernehmen. Und ich finde, das ist gut gelungen. Dann singen wir jetzt ein Bastem. Ein großes Licht geht auf. Ein großes Licht geht auf. Und das ist gut, der Himmel stellt uns offen. Und das ist gut, der Himmel stellt uns offen. Die Glut, die fast erloschen sieht, Gott wird sie neu entfachen. Okay, wir haben es geschafft, alle Stimmen zu lernen. Jetzt vom Anfang. Tutti. Ein großes Licht geht auf. Ein großes Licht geht auf. Wir gehen und treffen. Die Zukunft schwein sich vor. Die Glut, die fast erloschen sieht, Gott wird sie neu entfachen. Die Glut, die fast erloschen sieht, Gott wird sie neu entfachen. Das war heute. Also, ab Pfingst Montag, ich nehme 10 Tage Pause. Ausgenommen ist es kirchlicher Dienst. Wir müssen auch spielen, singen und so weiter. Nach der Pause, natürlich mache ich wieder Mini-Mini-Ko-Probe. Oder, wer weiß, dass wir langsam treffen und singen können. Auf jeden Fall, diese Hoffnung bleibt bei uns. Und ich sage einfach, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mini-Mini-Ko-Probe. Ja, tschüss. 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 Tschüss.